Ach gut, Mr. Eintracht hier. Alter, Perfektes Geiler hinter mir. Was gibt's Besseres? Ein Spiel in der Nachspielzeit 2-1 zu gewinnen. Haha! Alter, was ein Spiel. Der Verein macht mich fertig. Jetzt so im positiven Sinne. Das ist schon... Übel. Aber genau deswegen liebe ich ihn auch. Ganz ehrlich. Können wir nicht das komplette Spiel zu spielen mit der Nachspielzeit? Es kann sein, dass wir in der Nachspielzeit einfach das Team gewinnen und aber sieben gute Minuten spielen. Also, boah, das war schwere Kost. Die Nachspielzeit hat aber alles wieder wettgemacht. Aber alter Falter. Es war so unnötig. Im Endeffekt sind wir jetzt Sechster. Das reicht. Wir haben 9 Punkte Rückstand, aber auf Platz 4. Auf Dortmund auf Platz 5, was Champions League sein kann. Ist nicht so weit, aber trotzdem. Das Spiel. Und ich sag beim 2-1, wie ich durchs Stadion gewandert worden bin. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin... Keine Ahnung... Ich war 10 Meter nach da, 10 Meter nach da, alle Leute von hinten wuh-wuh-wuh-mum-um-um-um-um-um, also im Pulse Team so war das schon geil. Ein richtig geiles Gefühl, oh, ein Zug, oh, bleib dabei, wie ein Zug vorbei wäre, oh, nein, aber es war auch schon ein geiles Fenster. Naja, auf jeden Fall, das war so ne Gefühlsexplosion, und das muss man erlebt haben, und das Ding ist ja, niemand von meinen Leuten war da, weil die arbeiten müssen, und der Termin nicht weg waren. Alter, und ich war kurz davor, weil Terminliches bei mir auch knapp war Nicht gefahren, kälte, zeitlich Teilweise kälte Wiener Ach komm Leute Das machst du extra, nein Auf jeden Fall, ich bin so froh, dass ich gefahren bin Ich hätte mich schwarz geärgert Aber ich wäre sowieso gefahren Ich sage immer, mal gucken Aber für einzelne Tage Wo es zeitlich echt knapp ist Wo es dann spät mit Bett ist Und so weiter, muss ich auch nicht denken Ich krieg jetzt sehen, dass ich um Mitternacht zu Hause bin Das ist gut Also nicht erst um 2 Uhr, das macht einiges aus Jetzt um Mitternacht Aber wie gesagt, dieses Spiel Was wir jetzt immer wieder machen müssen Spiel doch einfach die 90 Minuten normal Und gewinnen das Spiel 3, 4, 1 Keine Ahnung Aber holy moly Wir gehen morgen genauer darauf ein Es gibt so viel zu bereden Aber ist das geil gewesen, Alter Die Gefühl-Explosion Und ich habe das Gefühl gehabt Als wir das 1-1 geschossen haben Da geht noch was Und dann, wie gesagt Das Ding Du hast es auch auf dem Platz gesehen Wie alle gejubelt haben Auch danach, nach dem Abpfiff Wie alle noch gejubelt haben Unten auf dem Feld auch Holy moly War das geil Eure Meinung mal gerne in die Kommentare Wie habt ihr das Spiel erlebt? Habt ihr noch dran geglaubt? Oder nicht? Weiter geht doch Bis dahin Bis dahin Vielen Dank.